Statt Böllern spielt am Beginn des neuen Jahres, um die bösen Geister des Alten zu vertreiben, noch den Schluss von Arseni Avramovs Symphonie der Serienin als eine Duo-Fassung. Die Steigabe der Fall ist eine Statt-Gerönung, die Masken und Streit der trouve in einer Statt-Geräusche des Alten zu vertreiben. Untertitelung. BR 2018 Grüß 20.21! Vielen Dank.